Ja, hallo zusammen, mein Name ist Kevin, ich bin auf der TU Night 2016 und ich stehe hier bei einer ziemlich geilen Gruppe, die an der TU angehörig ist, der AGS. Die beschäftigen sich mit Nachrichtentechnik, Sendungen und viel mit Fernsehtechnik und sowas. Ich habe mit denen letztens zusammengearbeitet, die sind echt total fit. Mit meiner Band Abysmal Paradise bin ich dort aufgetreten, demnächst auch auf Campus TV zu sehen. Campus TV Music und ja, ich kann nur empfehlen, falls ihr in der TU Braunschweig studiert, guckt hier einfach mal vorbei. Ist eine tolle Truppe, treffen sich jeden Dienstag in den Grotrian-Gebäuden und ansonsten, falls ihr lieber auf Rock Music steht, dann guckt rein bei uns, abysmalparadise.com, da kriegt ihr auf jeden Fall was auf die Ohren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen superschönen Abend und man sieht sich, ciao. Manchmal musst du es zweimal tüten. Hahaha.